Learn German with Anja! Hallo alle zusammen! Heute sprechen wir über die zehn wichtigsten Dativverben. Today we will talk about the ten most important dative verbs. Okay? And you already know some of them. Ihr kennt schon einige. Zum Beispiel, vor example, helfen. To help. Ich helfe dir. I help you. Kannst du mir helfen? Can you help me? Das ist Dativ. Das ist ein Verb, was immer den Dativ verlangt. This is a verb which always demands the dative. Und heute schauen wir uns noch mehr Verben an. Today we will have a look at more verbs. So und ich zeige euch, dieser Post ist auf meiner Webseite. This post is on my website. Hier sind die ten most important dative verbs in German. Und hier the thirty most important dative verbs in German. Heute sprechen wir über die zehn wichtigsten Dativverben in Deutsch. So, die zehn wichtigsten Dativverben in Deutsch. So, es gibt Verben, die immer nur den Dativ verlangen. Verlangen to demand. Und dann, hier ist meine persönliche Liste von den zehn wichtigsten Dativverben. Antworten. To answer. Ich antworte dem Mann. Dem ist Dativ. Okay, das nächste. Gefallen. So, actually fallen means to fall. Fallen means to fall. Gefallen means to like. So, es ist ein bisschen lustig. It's a little bit funny. It doesn't really make that much sense. But, for example, if you say Das Kleid gefällt mir. This means I like the dress. And mir ist im Dativ. Oder zum Beispiel. Der Minion gefällt mir. I like the Minion. Der Minion gefällt mir. Oder, ah, gefällt dir der Minion? Do you like the Minion? Gefällt dir der Minion? Ja oder nein? Und gehören. To belong to. This is also a little bit funny. Because hören means to listen to. But gehören is to belong to. Zum Beispiel. Das Auto gehört mir. It's my car. Das Auto gehört mir. Oder, der Frosch gehört mir. It's my frog. Der Ball gehört dir. It's your ball. Das ist Dativ. That's Dativ. So, glauben. To believe. Ich glaube deinem Mann. I believe your husband. Oder, ich glaube dir. I believe you. Glaubst du mir? Do you believe me? Glaubst du mir? Glaubst du mir? Und gratulieren. To congratulate. Zum Beispiel. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. I congratulate you. To. So. Helfen. To help. You already know this. Passen. This means to fit. Zum Beispiel. Der Pullover. Der Pullover passt mir. It fits me. Er passt mir. So. Passieren. Ganz wichtig. Very important. To happen to. Mir ist etwas Schlimmes passiert. Something bad happened to me. Ja. Mir. To me. Mir ist etwas Schlimmes. Something bad. Passiert. Okay. Or what we have here. Ist dir das auch schon mal passiert? Has this ever happened to you too? Okay. So. Und schmecken. Oh. Auch ganz wichtig. Der Kuchen schmeckt mir sehr gut. So. It just means the cake is yummy. I like the cake. Der Kuchen schmeckt mir gut. Du kannst auch nur sagen, you can also just say, der Kuchen schmeckt gut. But if you say, schmeckt mir gut, it's a little bit more common, I guess. Der Kuchen schmeckt gut. Der Kuchen schmeckt mir gut. Oh. Ah. Wir sagen beides. Actually, we say both. But mir, it emphasizes a little bit more to you. Okay? So. Und das letzte weh tun. Oh. Das ist auch wichtig. That's also very important. Der Junge tut dem Mädchen weh. The boy is hurting the girl. Aber du kannst es auch, you can also use it for yourself, ja. Zum Beispiel. Mein Arm tut mir weh. Okay? My arm is hurting me. Mein Arm tut mir weh. Okay? Gut! Das ist alles. Bitte schreibe einen Satz mit einem dieser Verben, you just noticed, mit einem dieser Verben, einem, because it's dativ, mit plus dativ, mit einem dieser Verben in die Kommentare. Please write one sentence with one of these in the comments. You can choose, ja. Du kannst dir das aussuchen. You can choose. Gut. Das ist die Hausaufgabe. That's the homework. Tschüss. Die Hausaufgabe. GT